Mein Name ist Friedemann Kallenbach. Ich bin im Schwarzhall geboren. Vor mittlerweile 8, 50 Jahren kam nach Karlsruhe, um zu studieren Physik und Geografie. Und seither bin ich in dieser Stadt ansässig, engagiere mich für diese Stadt und ich liebe diese Stadt. Meine Motivation, Bürgermeister OB dieser Stadt zu werden, ist die, dass ich einerseits aus meinem Glauben heraus eine Verantwortung spüre für diese Stadt. Und es macht mir riesige Freude, Verantwortung mit anderen Menschen zu übernehmen und gemeinsam auf dem Ziel hin zu arbeiten. Und ich sehe einige Punkte in dieser Stadt, in denen ich mich gerne engagieren möchte und die ich verändern möchte. Mich zeichnet aus, dass ich gut mit Mitarbeitern umgehen kann. Meine Fähigkeit, Menschen zuzuhören und sie gemeinsam auf ein Ziel hinzuführen, das ist meine Stärke. Mit ihnen gemeinsam Projekte zu entwickeln und durchzuführen und ein gutes Ziel für die Stadt zu führen, das ist das, wofür mein Herz schlägt. Aus meiner Sicht gewinnt Karlsruhe dann, wenn wir es schaffen, eine neue Kultur eines guten Miteinanders zu gewinnen. Wenn wir es schaffen, dass Ökologie und Wirtschaft keine Widersprüche sind, sondern dass Ökologie und Wirtschaft miteinander arbeitet und Zielsetzungen gemeinsam erarbeitet. Ich möchte gerne OB werden, weil es mir Freude macht, Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit anderen, mit Leuten aus der Verwaltung, gemeinsam mit Bürgern zusammen Ziele zu entwickeln, ihnen vorher gut zuzuhören, Ziele zu entwickeln und diese dann auch zu erreichen. Auch Untertitelung des ZDF, 2020